65 Millionen. Das ist die Anzahl der Menschen, die allein in den USA eine zweite Sprache sprechen. Das sind 20 Prozent der gesamten Bevölkerung der USA, eine Zahl, die der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs entspricht. Sagen Sie mir, warum lassen Sie ein Publikum von der Größe Großbritanniens ungenutzt vorbeiziehen? Was machen Sie, um Sie zu Ihren Angeboten zu bringen? Wenn die Antwort nichts ist, muss sich das heute ändern, weil Sie eine riesige Verkehrschance entgehen lassen. Sie sehen, es ist nicht nur die 65 Millionen. Es sind auch die zwei Milliarden anderen nicht englischsprachigen Käufer der Welt, die Sie auf Ihre Website bringen könnten. Wenn du erreichen könntest, Sie stellen Sie sich die Art des Verkehrs vor, auf den Sie zugreifen können. Wenn Sie nur Videos in der Muttersprache alle erstellen könnten, könnten Sie die Käufer-Keywords in Ihrer Sprache und holen Sie sich Käufer-Qualität Verkehr. Es ist unmöglich, für ein Englisch zu ranken, weil zu viel Wettbewerb Ihr Marketing den unfairen Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz verschafft und Bringen Sie den Verkehr, auf den Sie noch nicht einmal abgezielt haben. Es könnte der beste Marketing-Schritt sein, den Sie in diesem Jahr unternehmen, und alles, was Sie tun müssen, ist Sprachen. Leichter gesagt als richtig gemacht. Zu Beginn müssen Sie Ihr Video transkribieren und ein Skript auf Englisch erstellen. Ja, das könnte man aus Glasfaser machen, für etwa 10 US-Dollar und erhalten eine Lieferung am nächsten Tag. Als nächstes müssen Sie einen Übersetzer einstellen. Es könnte Sie weitere 50,3 Tage kosten, könnte aber... Der nächste Schritt ist die Audioaufnahme, und das ist teuer. Mindestens 150 US-Dollar plus 4 weitere Tage Wartezeit. Und schließlich müssen Sie einen finden, Video-Editor, der all das übernimmt und Ihr neues Transkript, Video und Audio in Ihr Video einfügt. Nur ein weiterer kleiner Aufwand von 100 Dollar. Wir sind leicht. Bei einem Aufwand von 300 US-Dollar und 10 Cent pro Tag wird nur ein Video in der Landessprache erstellt. Kein Wunder, dass niemand das tun konnte. Aber was wäre, wenn Sie, dass Sie dies kostenlos und in wenigen Minuten, nicht tagen tun könnten? Und Sie könnten dies nicht nur für eine Sprache tun, sondern für hunderte. Und immer wieder? Für jedes einzelne Video, auf dem Sie wirklich gut klingen. Es ist wirklich jetzt. Dank Technologie. Das ist Vince Schreiber-Eye. Eine leistungsstarken neue Desktop-Anwendung, die die bahnbrechende Key-Technologie verwendet, und alles, was wir gerade beschrieben haben, mit 100% Autopilot und ohne weitere für dich. Alles was Sie tun müssen, ist zu geben. Beschreibe jedes YouTube-URL oder ein Video von Deinem Computer, und der Rest wird erledigt. Vince Schreiber-Eye wird verwendet. Die Technologie zum Erkennen und Transkribieren des Audios, zum Übersetzen von Untertiteln auf dem Video und zum erneuten Überspielen des gesamten Videos in der Sprache. Mit Sprache in natürlicher Qualität können Sie frische Videos in jeder gewünschten Sprache mit Untertiteln drehen. Resynchronisation oder beides nicht in Tagen oder Stunden. Aber Minuten und ja, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Klicken Sie einfach auf eine Schaltfläche und Sie erhalten ein neues Video in einer neuen Sprache. Vielen Dank, iTechnole.key wird die Welt verändern und mit Ihrem Geschäft beginnen. Verwenden Sie VizKreiber und öffnen Sie ein Schleusentör für frische Besucher, die Sie noch nie gesehen haben. Streckte die Hand nach vorher aus. Tun Sie es vor Ihrer Konkurrenz, entdecken Sie dieselbe Technologie und stehlen Sie diesen Datenverkehr, um Ihnen zu zeigen, was getan werden kann. VizKreiber auf einer unserer neuen Websites und verzeichnete innerhalb von sieben Tagen einen Anstieg des Datenverkehrs um 104%. Es ist überhaupt keine Überraschung. Insgesamt ist die Konkurrenz um die Suchmaschinen-Rankings in den Landessprachen weitaus geringer als in Englisch. Sie sind ausgehungert und Videos rangieren immer höher. Videos plus Landessprache ist eine tödliche Kombination, und wir setzen nur diese 10 Arbeit. Wie möchten Sie das in Ihrem Unternehmen tun? Tun Sie dies regelmäßig und Sie werden sich eine Bauen-Verkehrspipeline, die Tag für Tag Menschen von Käuferqualität zu ihren Angeboten und Seiten schickt, ohne Kosten oder weiteren Aufwand. Na und? Warten Sie auf. Es ist Zeit zu handeln. Es ist Zeit, VizKreiber zu holen und Ihre Sprachverkehrspipeline zu starten. Was ist noch besser? Hol es dir hier und Sie erhalten auch eine kommerzielle Lizenz. Die kommerzielle Lizenz berechtigt Sie, Videos nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihre Kunden zu beschriften und zu lesen. Punkt Sie können dies Ihren Kunden gegen eine Gebühr pro Video oder als Service anbieten, wobei Sie eine monatlich wiederkehrende Gebühr erheben. Sie können einfach zu viel weggehen und ein Angebot, indem Sie Videos für andere untertiteln und verdoppeln und einige fantastisch neue Kunden gewinnen. Es gibt buchstäblich Millionen von Website-Eigentümern und Vermarktern, die mehr Verkehr wünschen. Punkt Sie werden gerne dafür bezahlen, und Sie sollten die Person sein, die es Ihnen verkauft. Also warte keinen Moment. Ma holt sich einen Schreiber und beginnt mit dem Ranking vorhergemacht. Und denken Sie daran, dass Ihre Investition in WinScribeEye 100% sicher ist. Wie SkypeEye wird mit einer 30-tägigen 100%igen Rückerstpunkt kapiert? Probieren Sie es aus, optimieren Sie einige Seiten und beobachten Sie, wie der Verkehrspfeil nach oben geht. Wenn Sie nicht die Ergebnisse erhalten, die Sie absolutim innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Kauf, wir nehmen WinScribeEye zurück und erstatten 100% Ihres Geldes ohne Probleme. Verpassen Sie dieses Angebot nicht. Punkt Wenn Sie hier sind, haben Sie höchstwahrscheinlich andere Produkte von uns gesehen. Wir wissen, dass wir only solide Sachen machen und wir stellen sicher, dass es gut funktioniert. Und hol deinen WinScribeEye. Punkt Wenn Sie hier sind, kommen Sie auf, werfen Sie hier? Punkt Wenn Sie hier sind, können Sie auf, werfen Sie es mit dem Parlament, so halten Sie ein Problem, aber es geht nicht. Punkte und Sie sind auch, wie sie die CD-Dirgen, wie Sie, die Datenführer, jeitä, die Datenfabschlagung, wie Sie im Vergleiche. Punkt verteidiger, Sie haben sie hier im Vergleiche. Ich empfehle,